Es ist auf jeden Fall cool. Bei denen gab es natürlich auch einen großen Umbruch. Also die ganzen Stars, die man so kennt, waren jetzt nicht dabei. Ich glaube, da trotzdem zwei Punkte rauszunehmen, ist auf jeden Fall eine gute Arbeit, die wir in der ganzen Woche aufgebaut haben. War ein bisschen so eine Kampfschwein-Mentalität, oder? Ja, auf jeden Fall. Das wollen wir, dass uns das auszeichnet. Wir wollen in der Abwehr da alles reinhauen und dann eben in die schnellen Tore kommen. Und ja, hat gut geklappt. Ja, ich finde, das muss man die Mannschaft auf jeden Fall Kompliment machen, dass sie so gespielt hat. Wir haben wirklich auch in der Abwehr ordentlich zugepackt. In der ersten Halbzeit waren wir da teilweise noch zu zaghaft. Da haben wir zu viele Tore aus dem Rückraum kassiert. Aber über 60 Minuten, denke ich, haben wir das richtig gut gemacht. Und da haben wir das richtig gut gemacht.